Scheiße! Irgendwie haben wir uns hierher gewohnt, oder? Nein, ich hab's hier abgeschrieben. Warum ist denn da jetzt der Ski abgehauen? Weiß ich, bei dir hat sie vergessen, oder? Ah, komm! Ah, wie cool, dann wieder aufstehen und weiterfahren! Oh, die Lotte! Ja, die Lotte! Ja, die Lotte! Ah, ja! Tja, Schatzi! Das hilft euch nicht!